Es ist klar und wahr, er ist ein Superstar. Mit Neymar macht er auf ein schönes Paar. Schaut euch sein blaues Haar an. Wie ein Kind, das spinnt, will der Karten sammeln. Das Ding ist ein Fail, wo ist denn die Magie? Wo ist denn die Magie? Er ist wahnsinnig schnell, gefällt sich als Modell. Er ist ein Teil dieser Crew. Er ist ein Phänomen und auch Fotogen. Aber auch mal schizophren, das kann man auch sehen. Gibt es von ihm für seine Gegner, die Gegner. Gibt es für seine Mitspieler, Mitspieler. Ein Gesangsphänomen. Dieser Song, der ist jetzt erstmal Schluss. Wird er diesen Song denn lieben? Wie diesen. Wird er drin, ein Glück. Was für deineuce. Wird er das so gut. Wird auf die nehmend sein.